Wer hat das gesagt? Zitate aus der Krise Willkommen bei einer weiteren Ausgabe unserer Serie Wer hat das gesagt? Mit Zitaten aus der Krise Hör genau zu und errate, wer das folgende gesagt hat und gewinne ein unmenschlich großes Computerposter Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken Wenn du weißt, wer das gesagt hat, hinterlasse unten den Namen als Kommentar